Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video bekommst du einen super Überblick, wie du mit dem Bitwig eigenen PolySynth viele verschiedene Riser bauen kannst. Nachdem du den Kanal abonniert und einen Daumenabdruck hinterlassen hast, legen wir mal los. Im vorangegangenen Video habe ich die Grundlage für viele weitere Riser in Search XT erklärt. Und in diesem Video soll es darum gehen, Riser mit Bitwig eigenen Bordmitteln zu erstellen und dabei von Anfang an alles zu nutzen, was wir haben. Und erst, wenn wir an die Grenzen des aktuellen Devices kommen, weitere Devices dazu nehmen. Das ist zum einen absoluter Minimalismus und zum anderen die Essenz von dem Sound dort machen, wo er entsteht. Denn jeder kann ganz einfach 12.000 Plugins in eine Device-Kette schmeißen und irgendwann kommt schon irgendwas raus. Wir wollen hier aber ganz gezielt etwas machen und dann auch gezielt weiterentwickeln. So, einmal einen Riser erstellen. Dazu erstelle ich erstmal einen zwei Takte langen Clip, setze dort eine Note rein, die fast einen Takt lang ist. Wie ich im Search XT Video erklärt habe, will ich sicher gehen, dass ich bei meinen Automation Start und Endwert gleichsetzen und mit dem zweiten Takt den Effekt, die notwendige Ausklingzeit gewähren kann. Je nach Projektgeschwindigkeit und gewollte Effektlänge kann das natürlich auch wesentlich länger oder kürzer sein. Als Bitwig Synthesizer nehme ich einen PolySynth, da der im mittleren Mixer-Modul einen Wide Noise Oscillator hat. Und den drehe ich jetzt auch voll auf. Jetzt habe ich absolut nur noch Wide Noise. Die beiden Oszillatoren sind damit stumm geschaltet. Aber wenn ich Tasten in unterschiedlichen Tonhöhen drücke, klingt das Rauschen immer anders. Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Darf es auch nicht und das ist es auch nicht. Denn in der Standardentstellung ist im Filter das Keyboard-Tracking an. Und das sorgt dafür, dass der Filter offener oder geschlossener ist, je nachdem, welche Taste ich drücke. Also deaktiviere ich diese Funktion und drehe den Regler ganz nach links. Jetzt klingt das Rauschen auf jeder Taste gleich. Zusätzlich schalte ich noch die Velocity aus, um die Lautstärke des Rizers ausschließlich mit dem Drive-, Gain- und Output-Reglern steuern zu können. Beim Filter wähle ich den zweipoligen Bandpass-Filter. Also den Filter, der links und rechts abfällt. Ein zweipoliger Filter hat eine 12 dB pro Oktawe Flankensteilheit. Auf Englisch heißt das Slope oder Steepness. Und ein vierpoliger Filter hat eine 24 dB pro Oktawe Flankensteilheit. Er ist also steiler und hat dadurch eine engere bzw. kleinere Bandbreite. Den vierpoligen Bandpass-Filter nehme ich hier aber erstmal gar nicht. Als nächstes stelle ich die Filterresonanz auf 0, also auf links. Man kann jetzt durch Drehen des Filter-Cut-Offs oder auf deutsch Grenzfrequenz, Übergangsfrequenz oder Eckfrequenz genannt, ganz einfach von den Tiefen zu den hohen Frequenzen hin und her fahren. Wenn es zu leise sein sollte, kann ich im Mixer-Bereich den Drive-Regler ein wenig aufdrehen. So wird das in den Filter einkommendesignal verstärkt. Das muss ich dann auch automatisieren. So, ich erstelle jetzt die Automation für meinen Clip. Die ist auch so lang wie die Note und beende die Automation mit demselben Filterwert, mit dem ich sie begonnen habe. Und fertig ist ein einfacher Riser. Statt einer Automation kann auch die Filter-Envelope-Death genutzt werden. Attack des Filter-Envelope-Generator entsprechend einstellen und Sustain auf Maximum stellen, damit der Filter nicht aus Versehen zurückschnappt. Und den Drive hier auch noch mit dem FEG-Modulator anpassen. Der Nachteil ist aber, dass bei einem zweiten Riser, der schneller oder langsamer als der erste sein soll, die Attackzeit entsprechend automatisiert werden muss. Nochmal kurz zum Drive-Regler. Da wegen der Fletcher-Manssen-Kurve unsere Wahrnehmung des Risers je nach Frequenz unterschiedlich laut wahrgenommen wird, also die Lautheit, oder auf Englisch Loudness, muss die Lautstärke angepasst werden. Das kann ich schön mit dem Drive-Regler machen. Zusätzlich kann ich mit dem Feedback-Regler FB hier unten rechts im Mixer tiefe und mittlere Frequenzen mehr betonen, was damit einem Pink-Noise näher kommt. Will ich den Riser wuchtiger klingen lassen, dann benutze ich statt eines Band-Pass-Filters einen Low-Pass-Filter, der beim Öffnen die tiefen Frequenzen belässt und nur die hohen Frequenzen mit dazu nimmt. Dabei ist es ein kleiner Unterschied, ob ich einen 12 dB pro Oktave, also einen zweipoligen Filter, oder einen 24 dB pro Oktave, also einen vierpoligen Filter benutze. Der 12 dB-Filter enthält mehr hohe Frequenzen und klingt mehr wie so ein Wellengeräusch und der 24 dB-Filter enthält weniger hohe Frequenzen und klingt mehr wie ein schabendes Geräusch. Mit dem Panning-Regler und einem LFO-Modulator kann ich den Riser im Stereofeld hin und her wandern lassen. Aber nicht nur das. Mit der Automatisierung des LFO-Mounts kann der Riser langsam aus der Mitte in die Seiten geschleudert werden, oder andersrum. Mit dem High-Pass-Filter im Mixer-Bereich und dem Resonanz-Regler können die tiefen Frequenzen nochmal zusätzlich betont werden, sodass bei 50 bis 60 Hertz eine ziemlich donnernde Wucht entsteht. Und hier kann auch der Cut-Off, also Grenzfrequenz, natürlich wieder statisch an einer Stelle stehen oder mit Automation der Situation angepasst werden. Also einmal statisch, dann mit einer leichten Bewegung nach oben, mit einer langsamen Bewegung nach unten, mit einer schnellen Bewegung nach unten oder eben auch mit einer langsamen Bewegung nach oben oder mit einer schnellen Bewegung nach oben. Zusammen mit dem High-Pass-Filter und der Resonanz, dem Wave-Shaper und der Resonanz des Low-Pass-Filters können Plastik-Core-ähnliche Sounds erzeugt werden. Und natürlich können auch die anderen Filtertypen benutzt werden, wie der High-Pass-Filter oder der Notch-Filter. Wenn das alles noch nicht genügt, dann kann ich anfangen, weitere Devices oder Plugins hinten dran zu hängen. Wie zum Beispiel ein Delay 1 als Mono-Delay, ein Delay 2 als Stereo-Delay, ein Reverb, ein Delay mit Reverb in Kombination, Distortion oder den Bitcrusher Bit 8 im Signal des Reverbs oder des Delays oder beidem und so weiter und so fort. Hier ist nur der Sky der Himmel. Ich konnte dir hoffentlich zeigen, wie du alleine nur mit dem PolySynth eine Menge Effekte für deine individuellen Bedürfnisse erzeugen kannst, ohne viele zusätzliche Devices zu benötigen. Und wie gesagt, wenn das alles nicht reicht, bringt Bitwig noch eine riesige Sammlung an Effekten mit. Natürlich kannst du auch die anderen Bitwig-Synthesizer inklusive des Grids nutzen, die mindestens einen Noise-Oszillator mitbringen. Oder in der Lage sind, ein Noise zu erzeugen. Mal sehen, wer das weiß. Wenn du noch mehr Möglichkeiten kennst, wie du nur mit dem PolySynth schöne Effekte erzeugen kannst, dann schreibe es in die Kommentare. Oder wie du mit Bitwig Stock Plugins den Rysern noch schöner veredeln kannst, auch das schreibe in die Kommentare. Kommentare schreiben ist immer gut, denn das hilft mir und dir. So, das war es auch schon wieder. Also like and subscribe. Mein Name ist Odosen Daidokai. Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.